Willkommen! Schön, dass du dich für unsere Musikschul-App entschieden hast. In unserer Anwendung kannst du beispielsweise als Zahlungspflichtiger deine Rechnungen einsehen oder als Schüler auf Dateien zugreifen, welche dir von deiner Lehrkraft zur Verfügung gestellt wurden. In diesem Video zeigen wir dir, wie einfach du Dokumente abrufen und Dateien einsehen kannst. Der Bereich Dokumente erscheint im Startmenü deiner Musikschul-App, sobald wir dir erstmalig ein Dokument zur Verfügung stellen. Wir unterscheiden dabei zwischen personenbezogenen Dokumenten, wie zum Beispiel Rechnungen, und allgemeinen Dokumenten. Du fragst dich, wozu diese Unterscheidung dient? Dies ist schnell erklärt. Stellen wir dir beispielsweise eine Rechnung zur Verfügung. Wird dir dies zunächst als Information angezeigt. Du kannst die Rechnung nun anfordern und bei Bedarf die automatische Anforderung zukünftiger Dokumente aktivieren. Erst nach deiner Zustimmung wird das Dokument übertragen, sodass du es herunterladen kannst. Bei allgemeinen Dokumenten ist keine Zustimmung erforderlich. Des Weiteren gibt es im Startmenü unserer Musikschul-App den Bereich Dateien. Dieser wird automatisch eingeblendet, sobald dir die erste Lehrkraft eine Datei zur Verfügung stellt. Dies können zum Beispiel Noten oder Anleitungen für euren Unterricht sein. Die bereitgestellten Dateien kannst du jederzeit herunterladen. Du siehst, mit unserer Musikschul-App kannst du ganz einfach deine Rechnungen abrufen sowie Dateien einsehen, welche dir beispielsweise von deiner Lehrkraft zur Verfügung gestellt wurden. Wir wünschen dir viel Spaß mit unserer Musikschul-App.